Der HAARC 57 ist ein Dauerbrandofen mit der EcoPlus Feuerungstechnik. Die Verkleidung des Kaminofens kann mit keramischen Ofenkacheln in verschiedenen Glasuren oder mit Speckstein erfolgen. Oben in der Feuerraumtür befindet sich der Regler für die Sekundärluftzufuhr. Hinter der Vortür befindet sich der Primärluftregler sowie der Aschekasten. Der Feuerraum hat eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost. Der mit einer Spezialkeramik ausgekleidete Feuerraum wird oben mit dem Feinstaubfilter abgeschlossen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017